Nervenschmerz, Defizite bei Diagnose Zum Glück holen Patienten mit Nervenschmerzen oft eine Zweitmännung ein. 70% der Polyneuropathie-Patienten haben eine mangelhafte Diagnose. Kribbeln, Ameisenlaufen, Bamstigkeit und wenig Gefühl in den Beinen, das sind die typischen Symptome für Polyneuropathie, eine Stoffwechselerkrankung der Nerven, von der viele Patienten betroffen sind. Fast 10% der Österreicher leidet unter derartigen Nervenschmerzen. Besonders häufig betroffen sind Diabetiker. Auch häufiger Konsum von Alkohol oder eine überwundene Sucherkrankung können Auslöser sein bzw. den Verlauf beschleunigen. Bei einem Drittel der Patenten findet sich keine erkennbare Ursache für die Erkrankung. Fünf Jahre nachdem der Diabetes begonnen hat, würde üblicherweise die ersten Symptome der Polyneuropathie auftreten, sagt Dr. Udo Zivko, Neurologe und Prima im Evangelischen Krankenhaus in Wien. Wenig Sensibilität für Polyneuropathie. Obwohl die Erkrankung nicht selten ist und Therapieoptionen zur Verfügung stehen, wird sie oft nicht ernst genommen, weiß Zivko. Bei Patienten herrsche die Meinung vor, man müsse mit diesen Schmerzen, die schleichend beginnen, eben leben. Ärzte sagen oft man könne ja sowieso nichts machen. Kurz, es gibt wenig Sensibilität für die Polyneuropathie. Studie, 70% sind und dafür sorgt eine kleine, von Zivko initiierte, Studie soll nun helfen, die Bedürfnisse der Patienten und die Wege, die sie bereits gegangen sind, besser zu verstehen. Von den Patienten, die eine Zweitmeinung bei Zivko eingeholt haben, hatten 70% keine ausreichende Diagnose. Behandelbare Formen werden oft übersehen, 30% haben von ihrem Arzt gar kein Behandlungsangebot bekommen, beklagt Zivko den Status quo. Die Messung der Nervenleitgeschwindigkeit sei etwa für eine richtige Diagnose unerlässlich, so der Neurologe. Selbsthilfehandlungsbedarf sieht auch hier Kleitner, der als Betroffene eine Selbsthilfegruppe leitet. Das ist nix angenehmes, sagt Kleitner und berichtet er habe sich im Schnee gewälzt um kurzfristig Linderung der Schmerzen zu erfahren. Er vergleicht den Schmerz mit Stromstößen. Nach einer langen Krankheitskarriere und motorischen Störungen, die ihn in den Rollstuhl gebracht haben, sei er nun wieder auf den Beinen. Den Heilvolk verdankt Zivko und dem lieben Gott, so der Selbsthilfegruppenleiter, der sogar wieder im Kirchenchor singt. Erst musste ich gesunden, aber jetzt bin ich fit genug, sagt er und strahlt. Die Wiener Selbsthilfegruppe für Polin Europati trifft sich zweimal pro Monat.